5 kostet der überlege ich mir immer noch ob ich den mir kauf aber ich könnte mal ein paar dinge verkaufen wenn ich den experimentellen kleider ganz schlechte idee den hatte ich ja der schlecht der scheiße er kann weg haben wo stadt und das ist der kann auch weg weil sonst ist gleich wieder mein platz voll und da habe ich jetzt keinen bock drauf den schild warum habe ich den eigentlich noch die flöte kann auch weg er kann auch weg oder am stadt obwohl kann er nicht weg damit brauche ich noch das ist der schlechtere hat mich nur gerade verwirrt alles weg damit braucht keine sau mehr noch mal kurz geld einlösen das bringe eigentlich die nach vor alchemie ich auch ein mana trank okay heiltrank verbesserte entschuldigung wenn ich das verkaufen kann das ist auch so regenerative sachen aber gucken vielleicht gibt es inzwischen bessere sachen die ich mir kauf kann zehn ja der ist 14 hat es sogar reichen wenn ich mir den kauf den kauf und den kauf mal wieder ein bisschen was für den kofi muss investieren investieren und dann wir sind was müssen er wills hat sich wollen wir mich verarschen ja ja genau das was ich wollte morgen wieder weg ist zwar wieder geld verschwendung aber passt schon ein bisschen geld verschwenden kann man ja immer machen und der rest passt und ich hätte ich schwören kann ich ja auch ein wein zugekauft aber egal ach da erfordert level 20 hupsala bis dahin geht's hart dann kann ich mir die körper wollen was habe ich was schon egal kommt mir dann bei level 20 ist doch wurscht irgendwas was ihr groß haben muss brauchen welche wahrscheinlich fertig gut passt warum kann ich ein boot auspacken das macht keinen sinn ich habe gewundert lauf kofinos nicht sterben alles gut dann gehen wir mal zur hauptquests mit dem können wir gleich reden und das da müssen vielleicht gehen wir dann doch noch mal kurz am strand das brauchen wir dann vielleicht doch noch mal schattenfalken wollten dich töten aber du weißt aus der jangs erinnerung dass er es ablehnt nicht ohne deine seite der geschichte zu kennen seine schattenfalken waren anständig und loyal kriminelle mit regeln kein wunder dass er entsetzt war sie als untote zu sehen aber was aus den schattenfalken geworden war war sowieso kaum besser die schattenfalken sind in kap sol es sind nicht besonders stark vertreten wenn du nicht willst dass sie dich finden solltest du dorthin gehen ich habe im wanderquelle eine freundin romosa bei ihr bist du sicher kapsules das liegt doch in auzera richtig ich habe versprochen mich dort mit jemandem zu treffen das ist perfekt ja passt aber dann können wir da mal kurz hochlaufen die zwei mitnehmen zufälle gibt es die gibt es gar nicht ja die schattenfalken immer noch sehr lieb mit uns sind nicht sie hassen sie immer noch bis aus blut die quest und nehmt noch mal gleich mit das ist wir gehen nachher noch mal hier runter und alles trotz noch mal und hier gibt es noch mehr quesst waa quesst ok hier kann man so leicht seitlich laufen warum auch nicht kann man ja machen wiii komm gebiet lade schneller ich würde es angemarschen zu geben nach da hinten guck mal was ist der so von uns wählen achten hier ist die gummiform ok reisender händler schmied schmied ach schmied guck mal was der so nix warum hat er nur bullshit f ist der laden warte kurz warte kurz warte kurz läuft aber egal was gibt mit g hier kann man dann reparieren ok verstehe wenn man glaubt wenn man glaubt gerade eher weniger unter was so dass hier step-gegenstand ach da kann man dinge fusionieren ok verstehe kann ich den nehmen hab ich auch nix gut oh das ist mir mal angeguckt anette hatte ich geschickt du sorgst entführtes firan mädchen bestimmt gebracht wurde wurde den lagerraum aber soll selber hingehen nachschauen du musst ja klingt sinnvoll aber hier gibt es noch mehr quest zu erfüllen und zum abgeben vor allem auch also sabine dein lieferantenjunge ist mal wieder aufgefallen und da schicken sie dich tja egal wie groß die schnapps lieferung ist er sollte in maßen trinken jedenfalls danke dass du den weiten weg auf dich genommen hast wenn du nach weiteren aufträgen suchst als richtige dschungel 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 ameis dschungel ameis dschungel ameis als riesige dschungel ameisen hier auftauchte haben wir ein teil unserer ernten eingebüßt sie saugten den gummibäumen gerne saft aus ich bezahle dich wenn du ein paar davon äh jagst gerne doch nehmen wir wieder die platten mit dann schauen wir mal kurz in die beutel in die beutel und sortieren leichter sattel schäbiger leichter er hat abwehr 16 und er hat abwehr 3 gut jetzt besser nehmen wir gleich mit um das ist es trinkt trinken nach oben die 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 Zeugs Und sonst irgendwie nix weiter Schauen wir noch Haben wir da noch irgendwas was wir brauchen könnten Neuen Bogen Der ist scheiße Gleiter wieder ausrüsten Warum Und sonst Nix Gut Ich wurde gestern Von einem giftigen tausendfüßler gebissen Die Wunde ist nicht tödlich Aber das Gift ist schwer zu behandeln Deswegen kann ich nicht mehr arbeiten Und habe große Schmerzen Ich werde meine Kautschukquote nicht schaffen Und Purpumonsaft der meine Schmerzen lindern würde Ist nicht aufzutreiben Das war kein guter Tag für mich Ja kann man so ausdrücken Hilfst du mir Ich kann dir nicht viel mehr Als meine Wertschätzung anbieten Obwohl kannst Und halt Erfahrungspunkte Und ein Gummibaum Okay Hier auch mal interessant Okay Okay Merke ich mir Da war die Da war die Da war die Oh ja Warum ne Creme Das Kautschuk Aha Ach da ist Dahinten leuchtet es Dann müssen es die Bäume sein Überreifer Gummibaum Kautschuk extrahieren Ja da müssen wir das Zehnmal machen Hurra Das sind doch Dinge die Spaß machen Sammelquests Ach der ist Okay Der ist Gemacht Standbild Abgeerntet Ah ich muss schneller sein Als der Als der Der oder die Oder das Ach da ist sogar ein giftiger Juggeltausendfüßler Von so einem Viech Ja meine Fresse Schön Das war bestimmt angenehm Nächster Gummibaum Hallo Abhernten Dankeschön Kopina Damit wäre die Hälfte Geschafft Dann gehen wir zum nächsten Weiter Und ernten Wieder Aber wenn der echt von so einem Tausendfüßler Grissen wurde Dann viel Spaß Oh ja Ja genau Lauf gegen den Baum Natürlich doch Ach in denen sind da Weh hier drin Okay 80 Mit mir kommt es gleich wieder ein Viech rausgesprungen Ah ne Ah ich bin sogar fertig schon Okay gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal